willkommen zurück zu einer neuen folge so wir begeben uns jetzt zum sägewerk wieso weshalb warum auch immer in der hoffnung dass wir nicht wieder von irgendwelchen uns feindlich gesinnten lebewesen angegriffen werden diese melodie im hintergrund die sagt schon alles was nein 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 es ist nichts und alles ich weiß nicht dass ich keinen Sinn mache jetzt aber das ist das ich glaube ich bin zu verlieren jess ich sehe Dinge und ich weiß nicht ob sie sind ja schön sei jetzt für mich da frau okay hier ist das sägewerk mal ganz kurz ein thumbnail gemacht so da lang okay hundi los lass uns hier lang gehen wieder ein weg wo wir nicht zurückkommen schön cool da kam ein baumstamm gerollt da kam ein da 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 oben ist auf jeden fall irgendwas was steine oder so runter geschmissen hat ach nee wieder so ein generator das heißt doch wir tauchen gleich wieder diese waldschrater auf oder auch nicht ja gleich ja gleich schon ich muss erstmal ins Klo reingucken ja ne Figur von einer Blair Witch im Klo drinne jippie wo bist denn du Hund da hm ähm ja hier irgendwo was ist das warum da unten so ein Symbol wohl komm rein Hund wie ist ein Bild rafael rafael und schon wieder ein Tape schön ok 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 Sch-sch-sch, sch-sch, quiet boy, we're not alone here. I guess we're not gonna find out. Have a good night. Jeff scream. Ähm... Heel! Come here, boy! Bullets! Locked. Locked. 3, 3, 2, 4. Okay. 3, 3, 2, 4. Oh. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 4 Hä? Ah! Oh my God! Oh my God! Jesus! Hey hey, can you hear me blood still fresh badly mutilated Some of those are defense wounds multiple cuts probably a long blade Ah let me just Oh my god How? Jesus Christ, what the fuck just happened? We didn't have a chance. The song went right into the collarbone, pulled him in there, in his face Oh my god, this would be better Okay I 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 So, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, dann lasst einen Kommentar da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.